Hallo und herzlich willkommen. In einem der vorangegangenen Videos habe ich dir bereits ausgeführt, dass die Kraft der Entscheidung eine wesentliche und extrem wichtige Komponente dafür ist, im Tat für dich das Leben deiner Träume zu leben oder wie du das Leben deiner Träume leben kannst. In diesem Video möchte ich dieses Thema noch ein wenig weiter mit dir vertiefen. Ich habe dazu ein wunderbares Zitat bereitgelegt, das ich dir kurz vorlesen möchte. Du hältst die Möglichkeit in den Händen, eine Entscheidung in deinem Leben zu bewirken, die dich zu dem Menschen werden lässt, der du tief in deinem Inneren wirklich sein möchtest. Das ist doch eine wunderbare und eine herrliche Geschichte. Dieses Zitat stammt auch nicht von irgendjemandem, sondern es ist eines meiner eigenen Zitate aus meinem E-Book 30 Tage Mystisches Erleben. Wenn wir um das Thema der Entscheidungen reden, dann müssen wir uns vielleicht kurz vergegenwärtigen, wie wir denn eigentlich auf dieses Thema gekommen sind. Wie du ja vielleicht weißt, gibt es seit der Publikation von The Secret, ich glaube im Jahr 2006 herum, tatsächlich eine gigantische Wunscherfüllungsindustrie. Und auch zahlreiche spirituelle Dienstleister nehmen immer wieder dieses Thema der Wunscherfüllung her, um also sozusagen ihre E-Books, ihre Kurse etc. online zu vermarkten. Für mich, und das sage ich immer dazu, ist die Wunscherfüllung dabei ledig, so etwas wie eine Disziplin für Einsteiger. Das bedeutet also, ich persönlich habe sie so definiert, dass sie etwas wie eine Art Gedankenschuldung sein kann. Mit deren Hilfe du tatsächlich die Ziele, die du dir in deinem Leben gesetzt hast, einfacher, effektiver und mit mehr Gelassenheit. Das ist auch in Summe wesentlich angenehmer erreichen kannst, als wenn du einfach nur so vor dich hinwerkelst. Im Endeffekt, versuch das, was ich als Wunscherfüllung verstehe, im Tatsache dich herzugehen und dir dabei zu helfen, wie du die Kraft deines Geistes, die in dir schlummernde, co-kreative Möglichkeit, die du hast, die wahre Macht, die sich in dir birgt, die spirituellen Fähigkeiten, die du mitbringst, die in deinem unbewussten Schlummern, die du aber für dich aktiv machen kannst, wie du das kannst, das ist für mich eben der Inhalt der als Wunscherfüllung bezeichneten spirituellen Disziplin. So, und in dieser Wunscherfüllungsliteratur, da wurde in den letzten Jahrzehnten, zumindest 10 Jahren oder 13 Jahren, stark, stark der Fokus eben auf Imaginationen und die Arbeit mit der Vorstellungskraft tatsächlich gelegt. Das ist natürlich ein guter und ein wichtiger, ein wesentlicher Schritt, aber wir dürfen dabei nicht vergessen, dass es nämlich zwei Dinge sind, die wir auf dieser Stelle noch berücksichtigen müssen. Das erste ist, wichtiger als mit Gedanken, Imaginationen und einer Vorstellung zu arbeiten, ist tatsächlich bewusst in die Energie zu gehen. Das heißt, früher oder später wird jede gute Wunscherfüllungsschule dich dazu ermutigen, auch tatsächlich mit der Energie, der Ursachenquelle, der Urdimension, aus der heraus alle Dinge ins Taschen treten, zu arbeiten. Wie du das kannst, dafür gibt es eine ganze Reihe von Techniken, von denen ich dir auch einige in meinen E-Books, Publikationen, in meinen Online-Kursen immer wieder vorstelle. Und in die Echte, die ich dir natürlich auch immer wieder in meinen freizugänglichen YouTube-Videos immer wieder gerne vermittle. Aber natürlich auch im internen Content-Bereich der hohen Feste Dynamistischen Academy. So, das heißt also, wir arbeiten ja zuerst mit der Vorstellungskraft sozusagen als ein Hilfsmittel, damit wir aber letzten Endes als Zielzustand eben tatsächlich in die Energie hineingehen und dann lernen eben, wie wir energetisch tatsächlich dann den Wunsch, den Output des Wunsches, den du ja auch hast, wenn du dir dieses Video vielleicht ansiehst, eben tatsächlich als Modell, als energetisches Modell vorweg zu modellieren, damit es dann die Wirklichkeit sozusagen mit ihrem Potenzial, mit ihrer Warnschöpferkraft eben nachrücken kann. Damit das, was du dir wünschst, tatsächlich früher oder später damit beginnt, auch Wirklichkeit zu werden. So, so hat also dieses coole und lässige und wunderbare Konzept. Jetzt gibt es aber noch eine dritte Größe, die da sozusagen mit hineinspielt in diese wirklichkeitsverendende Trias. Und diese Größe ist die Macht deiner Entscheidung. Die Kraft der Entscheidung wird jetzt sozusagen erst von spirituellen Anbietern, von spirituellen, von Lehrern, von Meistern, da hat sich langsam wieder in den Fokus gerückt, obwohl sie eigentlich eine sehr, sehr alte, eine sehr, sehr bekannte Disziplin auch ist. Sie haben dann genauso wichtig, wie unsere Vorstellungskraft, ist die Kraft, klare Entscheidungen zu treffen. Denn, als Dennis, ist es so, dass das, was du eben, finde ich, deine Imaginationsarbeit, wie einen Kanal mehr oder weniger, in die Wirklichkeit gräbst, immer noch mit der Energie durchflutet werden muss. Und da aber deine Imagination sozusagen dieses Kanalnetzwerk der energetischen Bahnen anlegen kann, da braucht es eine klare und eindeutige Entscheidung, damit dein wahrer Wille für dich in Aktion gesetzt wird. Und wo eben die Imagination, also wie das Fließbett dieses Flusses sozusagen ausheben kann, ist es genauso wichtig, dass du dann durch die klare und definitiv Entscheidung für die Realisierung dieses Wunsches tatsächlich die Schleusen, die energetischen Schleusen sozusagen öffnest, damit dann die Energie tatsächlich auch in diese Gussform sozusagen fließen kann und dann der wirklichheitsverändernde Effekt im Bereich der Wunscherfüllung eben tatsächlich auch für dich selbst ausgelöst werden kann. Das heißt, es gibt eigentlich eine einfache Formel, die ich dir vielleicht auch an dieser Stelle bereits mitgeben möchte. Das ist ganz klar, ja, um halt einen wirklichheitsverändernden Effekt tatsächlich zu generieren, ist es wichtig, dass deine klare, eindeutige, belebte, bildhafte Vorstellungskraft sich mit deinem wahren Willen verbindet. Das heißt, Imagination plus wahrer Wille, der über die Entscheidung aktiviert wird, bewirken dann letzten Endes genau diese energetische Konstellation, die es braucht, damit dein Wunsch früher oder später auf Schiene kommen kann. Und dazu möchte ich dich wieder mit diesem Video auch natürlich ganz herzlich ermutigen. Also wenn es etwas gibt, das du dir tatsächlich von Herzen wünschst, das du immer schon haben wolltest, oder wenn es ein Bild in dir gibt von einem Leben, das du tatsächlich führen möchtest, dann versuche heute durch die Kraft deiner Entscheidung, dieses Ding schon stärker in die Wirklichkeit zu holen, indem du tatsächlich die energetischen Schleusen eröffnest, dich dafür entscheidest, wirklich dieses Wunderbare, dieses schöne Bild, diese nach Möglichkeiten altruistisch ausgestaltete Vorstellung, die du vielleicht von deinem perfekten Leben hast, du entscheidest dich heute dafür, dass die Wirklichkeit werden kann. Und dann beginnst du auch tatsächlich dich auf die Erreichung dieses Zieles, dich in der Verwirklichung dieser Vision sozusagen ganz klar auszurichten. Das war sozusagen auch schon die Konklusion, die ich dir am Ende dieses Videos noch mitgeben wollte. Hey, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch ein Like oder Kommentar da. Wir sehen uns, wenn du willst, im nächsten Video wieder oder in den Heiligenhallen, der Hundfeste, deiner Mystischen Academy. Alles Gute und ciao dabei!